Anita, Tivoli, Rolly, bleib stehen! Halina, wirst du wohl herkommen? Die halten einfach nicht an. Wieso rennen die so schnell? Anita! Du warst doch sonst immer so korrekt. Nun sieh dich jetzt an. Die rennen da lang, schnell! Wo willst du denn hin, Schweinchen? Ich zeig dir, wo es lang geht. Komm mit!